hey freunde was geht willkommen zu neuem video wir spielen heute wieder rocket league mit dabei ist der masterschaft und ice man hallo und wir spielen rumble in der jungle in the jungle to my jungle weißt du noch leino nein alter war die fresse wg die wg zeug damals gg am startet nicht wtf komm raus karin ja ich bin auf dem weg ich bin da mensch mensch das sollte funktionieren ja sollte wussten ja der rumble war das mit den ganzen paar perks oder nicht ja alle zehn sekunden oder war schön eigentlich an sich ja weil der andere nicht losgefahren ist wer auch losgefahren wäre es genauso kacke gewesen wie sonst auch immer richtig ich kann da jemanden boost geben und tschüss oh nein wurde geteleportet wird weggetreten die ganze zeit hey er fährt den endo hallo ich bin gebustet echt jetzt nein 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 was was ist hier los was ist hier los ich hab auch mitgezogen mann ich hab hier voll weggetreten ich hab hier voll weggetreten es ist so verwirrend alter es ist so richtig weird alter ok der geht nein geht er nicht knappes ding knappes ding ich fliege durch die ganze map alter ich hab boost bekommen ja sei froh ich hab nicht mehr boost alter ich hab mir einfach mal eingefroren oh ich bin schon wieder geflogen ich hab schon wieder boost bekommen oh ja ich hab den keeper dabei mit weggenommen das war jetzt nicht so gewollt aber pisse ich mal sooo schön das ist deiner mach ich sauber wir haben Opfer gebracht und zwar ich hab mich zerstören lassen schöne Torexplosion auf jeden fall ach willst du Props haben dafür oder was nein alles gut wie fahren die denn für ne scheiße beim face off zusammen ich hab mich auch immer wieder oh ich hab die forstgottes ich hab die forstgottes oh man hey komm mal her danke dir nein ich brauch den ball nein der geht nein da seh ich schon aus wie ein eagle weißt du den krieg ich den ball nicht ja das ist ganz leisung ist halt echt so das ist ganz leisung das ist ganz leisung das ist ganz leisung richtig auf einmal wirst du einfach weggetreten recht jetzt was macht ihr da oben? habt ihr geliebt oder was? oh leu nein nein scheiße oh man master stieff wo warst du denn? ich war hinter dir ist er da du hättest den ball treffen können siehst du? hätt ich den getroffen wäre ihr noch schneller drin gehabt ich hatte die forstgottes ja 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 sie macht alles was ich will ja 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 ja750 Baby lass uns heute chillen, ja, 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 ja. Ich hab auch irgendeine Faust, ich weiß nur nicht was sie macht. Bitch, ich hab nen Babamang. Guck dir das an, guck dir das an. Du bleibst hier. Geile Sache oder? Ich liebe diesen Pümpel. Kann man auch falsch verstehen. Ja, das stimmt allerdings. Oh my goodness, ich hab den Stachel, den Stachel der Weißheit. Oh man. Wer freest den da oben, Alter? Ist halt echt so. Der Gegner. Ich bin gerade vorbeigesprungen, warte, oh man. Oh man, ich brauch den Ball, man, ich hab verfickten Stachel. Ja. Ich seh, aber immer wenn ich den Stachel hab, krieg ich den Ball nicht. Ich bin vielleicht die falsche Richtung gerade gefahren. Sonst wäre das... Eventuell, ja. Aber nur rein theoretisch mein Freund. Das ist mir nicht passiert. Ihr fahrt. Ja, Tor. Ah, der doch nicht. Ah, schade. Tor, die steht ja mit drei Mann da. Ich bin vorhin gesagt, die steht mit drei Mann da dritt. Ja. Das ist Tor. Ja, ich hab den nicht kommen sehen. Ich konnte die Flugbahn nicht richtig berechnen. Stand zu weit vorne. Ja. Das ist ein Dame-Absturz, wa? Ja. Oh, der kommt gut. Ah, ich bin zu hoch. Baby, lass uns halt chillen, ja, 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 ja. Ey, wo ist der schon vorne? Sie ist ein nice girl, yeah. Sie ist ein nice girl, yeah. Wir können uns noch gewinnen, Leute. Okay, das war jetzt nicht so geplant. Ich dachte, Karim schon spielt mit uns. Ja, ich war irgendwie nicht da, wo ich sein sollte sollen. Karim spielt immer gegen uns. Ist echt so. Merk dir eins, ich spiel immer gegen meinen Mitspieler. Ey, komm, ich bin... Ich bin... Okay. Jetzt weiß ich, was du meinst mit dem, wenn du einen Igel hast, dass du den Ball nicht kriegst. Wissen sie, was du da machst, hast du schief. Die ganze Zeit ohne Ball. Die ganze Zeit hat den scheiß Ball hinterher gefahren. Ja, ich auch. Und dann kriegst du den aber nicht. Ja. Ich bin wie ein Torpedo durchgeflogen, Alter. GG. Ey, alles drin noch. Hier gibt's einen Buzzerbeater. Nein! Ach man. Boah, ich wurde da getreten. Ja, jetzt... Vorbei. Ach, das ist Rumble, ey. Da gibt's keinen Buzzerbeater. Richtig. So, direkt nächste Runde, meine lieben Freunde und Kollegen. Ja, ich kann... Ich hab ne Kiste gekriegt. Master Sharp hat das Spiel betrieben. Natürlich. 3, 2, 1... Let's get ready to rumble. Nein, nein. Oh Gott. 3, 2, 1... Let's get ready to rumble. 3, 2, 1... Let's get ready to rumble. 3, 2, 1... Ich hab den Igel, ich hab den Igel, ich hab den Igel. Ja, dann kriegst du den Ball ja nicht mehr. Ich hab dich. Oh lol. Ich hab den Ball gesaved. Ich hab den Ball gesaved auf jeden Fall. Ach, fuck. Ich wurde ihn destroyen. Ich wurde ihn destroyen. Ich wurde ihn destroyen. Komm mal her. Oh shit, ich hab ihn zu spät geholt. Ich wurde weggetreten, Alter. Ja. Ist auch ne geile Bekurscheid-Vorals-Vision. Hey, du springst mal Master Stief. Bin ich doch, Idiot. Schäm dich, Alter. Was ist gut denn? Ich wurde weggetreten Oh mein Gott Los Schön Hattest du Eagle? Ja Er hat den Mann gebrochen Ist halt echt so, keiner kriegt den außer Iceman Iceman 6 Niceman Ja aber von dem Typen der vor mir war Also war alles gut Iceman Iceman ist das Niceman Richtig Oh Habe ich freezing jetzt ganz oben wieder Alter Der scheiß Tsunado, Alter Der geht mir so im Sack, ne? Das ist halt echt so, Alter Ich, 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 ich Ich habe auch freeze Scheiße Der hat alles nichts gebracht Hat alles nichts gebracht Lalalalala Halt dieser Modus, ey Der ist so Weird Random Ja Oh Jungen Alle beide sind Ich hab die Forstgottes Nein Guck dir das an Guck dir das an Ja Oh wie anlacki Dieser Pümpel hat halt den Ball genau auf mich rauf gezogen Naja das war, das war mein Pümpel Ah nice Was willst du mit dem Pümpel da? Du hast den Ball raus geholt Ey ich habe wieder zu dir gepasst, das war alles predicted Ja genau Und ich bin Arnold sein Schwa- sein Vater Arnold sein schwarzer Vater? Ja Oh, lol, der hat den Entera Er macht den Er hat Magneto Irgendwie läuft es heute nicht so Ne wirklich, ne Master schlief mit seinem Tornado Nein Mann ey, ich hab glaub ich krieg noch den zweiten Touch Oh man Hab ich mit ihnen teleportiert Jungs, komm mal her Moin Wo ist der nächste? Da Lass mich doch mal durch Oh nein Ich hab dafür aber einen Jingle gekriegt Ist alles gut Ja du hast dich dafür geblockt Ich kann nicht durch Ich hab mir einfach eingefroren, ne? Ja, das ist super Dachte ich mir auch Deswegen hab ich das ja gemacht Am geht boost holen mit 100% boost Nein Mein Fehler Schöner Kick, Alter Schöner Kick Mein Fehler Mein Fehler, Alter Ich komm nicht gerade herauf, ne? Wirklich, der Typ war ein Millimeter vom Grenzen Ups Oh Leute Was? Schönes Tor Wirklich schön gemacht Wer war das? Ich Nicht Ah, man Lern Ah, Gott Alter War ein bisschen falsch prediktet Äh, ja Ja Oh lol Oh man Gerne Ich habe ihn weggehauen mit dem Handschuh Ja entspannt Handschuh und Handschuh Optimal Doch gewartet bis er in der richtigen Linie war Soviel da zu predikten War doch alles geprediktet So let's go Alter wieso fliege ich immer am höchsten Ja weil du, weiss ich nicht Du bist leicht wie ne Feder NEIN What Nein So ein fuxilierter Magnet nicht Ne ich muss an der Nähe sein Och man Masterschaf Was willst du von mir? Du warst der einzige der da hinten war Stimmt doch gar nicht Da hättest du mir was machen müssen Ich war wegteleportiert dabei Oh ja Ich war da mit Ich war da mit Ich war da mit Wo warst du? Ich auch Und direkt zerstört alter Ich hab mir kurz die Decke angeguckt Ja stimmt Echt? Alter ich Scheiße Ich bin jetzt mal wieder dran vorbei zu pflegen Alter Und bam Bam Gott Nein Ähm Halt gefahren Lass mich dein Tornado sein Lass mich dein Tornado sein Lass mich euer Tornado sein Ich hab keine Lust Ich hab keine Ahnung wie der Tornado funktioniert Bam GG Meine lieben Freunde Auf jeden Fall Danke fürs Zuschauen Ich wünsch euch noch einen schönen Tag Haut rein Bye Auf jeden Fall 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 Vielen Dank.